Liebe Bürgerinnen und Bürger der wunderschönen Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, am 16.10. haben Sie die Wahl. Es geht darum, wer Nachfolgerin oder Nachfolger von Hermann Bohrer als Verbandsbürgermeisterin oder Verbandsbürgermeister in Bad Bergzabern wird. Und ich will Ihnen eine Kandidatin sehr ans Herz legen, nämlich Katrin Flory. Katrin Flory bringt drei sehr, sehr essentielle Eigenschaften mit, die Sie besonders qualifizieren. Sie ist erstens sehr entscheidungsfreudig. Gerade in diesen Zeiten, wo es darum geht, Entscheidungen zu treffen, essenziell für die Zukunft der Verbandsgemeinde. Sie hat aber zweitens auch die Fähigkeit, um Menschen zusammenzuführen. Und gerade wenn es darum geht, in diesen herausfordernden Situationen dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft nicht auseinanderfällt, brauchen wir Menschen wie Katrin Flory in verantwortungsvollen Positionen. Aber sie bringt drittens auch die Fähigkeit mit, in besonderen Situationen alles mit so einer speziellen Portion Humor zu würzen. Und das schätze ich sehr an ihr. Deshalb, meine Damen und Herren, am 16. Oktober Katrin Flory wählen. Weihnachten, wie Eistan, wird dabei sein. Gut, wir müssen jetzt keine Ahnung. Wir haben eine Houb. habe ich meinen Substanz und ihr bleuange!